Hallo aus Berlin, neben mir ist Sarah. Sarah, woher kommst du und was machst du hier? Ich komme aus Waldniel, arbeite in Tönesforst und bin mit einer Truppe von Dachdeckernfrauen hier, arbeite im Handel und wir haben uns die im Bus geschnappt und besuchen jetzt das Frauenzimmer. Das ist ja großartig. Und wie gefällt es dir? Was macht dir Spaß? Eigentlich macht mir alles Spaß. Also bis jetzt ist alles gut. Ich war auch schon beim ersten Mal vor zwei Jahren da. Das war auch super. Und ich bin auch froh, dass die Frau Vermeulen, meine Chefin, mich gefragt hat, ob ich dieses Jahr auch wieder hinfahre. Und wie gesagt, bis jetzt war alles super. Dann vielen Dank und noch viel Spaß. Danke. Dann viele Grüße aus Berlin.